Hallo, hallo, hallo. Hier ist nun Tag 107 in meinem... Tag 107 ist der Tag nach der Wanderung in der Eifel. Da kann ich noch ein paar Köder stellen. Die muss ich heute noch besamen. Also ein ganz normaler Sonntag. Ich bin jetzt joggen, habe eben schon Torwarttraining mit Nachwuchsmoderator Hendrik gemacht. Das war richtig anstrengend. Also nicht für mich, für Hendrik. Und jetzt muss ich noch mal laufen gehen und dann gucken wir mal, wie weit der Tag noch so geht. Ich werde jetzt hier so eine Stunde ungefähr auf der Pirsch sein und dann ziehen wir mal weiter. Mittlerweile bin ich jetzt gut eine Stunde unterwegs und bin in fünf Minuten ungefähr zu Hause. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Wenn ich denn da bin, esse ich voll was Leckeres. Ein Joghurt. Natürlich schnipple ich da noch Eisbein und Speckschwarte rein und sowas. Ist ja klar. Er hat doch bloß einen Spaß gemacht. Nein, nein, ich esse nur Joghurt. Speckschwarte, was ist das Scheiß? Ich freue mich jetzt schon, wenn ich da bin und geduscht bin und schön diesen Joghurt löffeln kann. Boah, das wird cool. Nach dem gestrigen Tag beim Wandern ist mal hier Low Carb echt wichtig. Ist das eigentlich Low Carb, wenn man Joghurt isst? Ich glaube schon. Ist ja auch egal. Was sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Ich bin gleich da und dann kann ich jetzt sagen, Cheerio, Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen. War das ein Mist? Das kannst du laut sagen. Los. War das ein Mist? Ja, Mist. Mist, Mist, Mist. War das ein Mist?